Ich liebe dich, ich will dich, du gehörst mir, ich will Kinder. Vielleicht können sie mich ein Stück mitnehmen. Ich frage mich nur, wie er mich finden konnte. Na kommt doch her, ihr Wichser! Woher wussten sie, wo wir sind? Wer sind die jetzt da? Das ist Clara, das ist May und ich zeige ihnen jetzt ihre Zimmer. Normalerweise stimmen wir immer im Kollektiv ab, wer hier wohnen darf und wer nicht. Seid ihr eigentlich Freundinnen oder Kollegen von Magda? Nein, wir machen nicht das gleich wie Magda. Bestimmt nicht. Ich habe gehört, sie vermitteln nicht nur Jobs, sondern sie erledigen auch spezielle Aufträge. Stimmt das? Dieser Mann ist unberechenbar und seine Leute würden mich überall finden. Dann sind wir hier ja auch nicht mehr sicher. Kannst du mir sagen, warum du meine erste Assistent bleiben sollst? Bitte, bitte Chef, es war doch dunkel und wenn du mich jetzt erschießt, dann hast du keinen Horst mehr. Sag mal, geht's doch? Kann man nicht mal mehr in Ruhe schlafen? Übrigens, diese Situation hat nie stattgefunden. Letztens habe ich mein Ziel genau zwischen die Augen getroffen. Der war sofort mausetot. Dann machen wir mal einen kleinen Test. Die kaufe ich mir. Was hast du denn jetzt für eine beschüsste Aktion? Hast du es geschafft, deinen Mann loszuwerden oder taucht er gleich wieder hier auf? Er wird mich nicht wieder so behandeln!